Freitagmorgen, das bedeutet Newszeit. Heute wieder ein bisschen experimentell, viel Spaß nun mit den Brettspiel-News. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Ja, freitags ist gewohnte Zeit für die Brettspiel-News. Wir experimentieren ja aktuell ein bisschen rum, wie wir das Ganze optimieren können, um auch so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, Zeit zu sparen, das Ganze ein bisschen kompakter euch präsentieren zu können. Deswegen nicht wundern, wenn es hier noch so einen leichten Grünschimmer hat, das liegt daran, ich arbeite das erste Mal hier in dieser Einstellung mit Greenscreen und entsprechend auch mit einer Liveaufnahme von OBS. Das heißt alles heute ein bisschen experimentell, wir schauen mal und das wird sich in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiterentwickeln, ist auch noch ein bisschen technisches Equipment bestellt, dass ich mich hier einrichten kann, um einfach das Ganze vorzubereiten, was ich sowieso mache und dann nicht diesen Schnitt und diese Nachbereitung zu haben. Das spart schon ein wenig Zeit. Ja, wir gehen in den Bereich in eigener Sache. Und da geht morgen ein Video von Dennis und Gwen zu, ja ein Review zu Stillleben online. Am Sonntag findet ihr dann eine neue Folge, ja Speed Dating mit Dennis und mir und am Montag wird es dann entsprechend, ja mein Aufgetischt geben. Aus der Szene möchte ich diese Woche beginnen mit Altered und Altered ist das am meisten finanzierte TCG, inzwischen auf Kickstarter über 6 Millionen eingenommen und über 15.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Nicht nur das Finanzierungsziel erreicht, sondern bei weitem übertroffen. Der Verlag ist überwältigt vom Erfolg und ja, geplant ist, dass Altered zusammen mit Asmoday dann im August 24 erscheinen wird. Die zweite Meldung aus der Szene. Haber verlässt zwar das Insolvenzverfahren, entlässt aber mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Haber ja ein sehr familienorientiertes Unternehmen. Nach 85-jähriger Tradition deutliche Probleme, die Belegschaft deutlich reduziert um circa 40%. Und ja, das sind die Spuren, die das Insolvenzverfahren hinterlassen hat. Für alle, die da ein bisschen mehr wissen wollen, schaut gerne in den Artikel, den ich euch da verlinke. Ja, es passt zwar nicht so ganz in die Szene, aber es passt auch nicht in die Ankündigungen, denn die Companion App zu Kutmaora ist verfügbar. Das haben die Heidelbeeren entsprechend verkündet. Und hier seht ihr auch die App und wie das Ganze funktioniert. Hier sieht man mit Anzahl der Spieler auswählen und entsprechend hier dann die Einstellungen tätigen. Kutmaora, Dennis hat es gespielt, ich habe es bislang noch nicht gespielt. Mal schauen, ob das bei uns irgendwann auf den Tisch wandert. Apropos Dennis, ich übergebe zum Bereich Crowdfunding an meinen lieben Kollegen Dennis. Viel Spaß nun mit den Crowdfunding-Meldungen. Ja, willkommen zu den Crowdfunding-News und wir starten mit den Kickstarter und zwar The Presence, a Victorian Horrorbot Game. Ja, die einigen von euch, die unseren Kanal schauen, haben vielleicht das erkannt. Da habe ich schon ein Preview dazu gemacht und jetzt ist das Ding sozusagen noch bis zum 25. März da. Ja, 2 bis 5 Spieler, 90 bis 150 Minuten Purple Lantern Games bringt dieses Spiel ab. 14 Jahre hier semi-kooperativ und die Sprache Englisch. Ja, worum geht es? Ihr seid ein Team aus Ermittlern oder ja, die ein Haus besuchen und es gibt einen Geist. Das heißt, es ist einer gegen alle, beziehungsweise man weiß es nicht genau. Einer ist, wie gesagt, der Geist. Der kann aber böse oder gut sein. Es gibt Aufgaben, die man erfüllen muss. Man muss deduzieren anhand von Karten, welche Symbole auf welche Art und Weise und auf welche Stelle sie gelegt werden müssen. Und ja, auf jeden Fall atmosphärisch sehr cool, was wir davon so halten. Mit der ersten Preview könnt ihr euch dort bei uns auf dem Kanal anschauen. Ihr seid da mit einem Pledge von 51 Euro schon mit dabei. Das Ganze soll im Juli 2025 erscheinen. 9 Euro ist versandt und bis zum 25.03. habt ihr Zeit dazu. Allplay bringt einen neuen Kickstarter und zwar River Valley Glassworks. Ja, hier haben wir süße kleine Tierchen und man erkennt den Stil. Das ist natürlich Andrew Bosley, der das Spiel hier ja designt hat oder beziehungsweise gemalt hat. Und designt haben es Adam Hilben, Pinchback und Matt Riddle. Ein bis zum Spieler, 20 Minuten ab sieben Jahren. Und hier versucht man Glassteine auf den Fluss zu legen, nimmt dann sich angrenzend Steine, die man sich wieder in die Glasfabrik legt. Und anhand der Farbe und Anzahl, die man dann diese Reihen quasi nach oben bastelt, da bekommt man dann letztendlich Punkte hierfür. Aber ja, ihr müsst sie einbauen. Ihr müsst also schauen, welche wollt ihr haben. Wie könnt ihr diese Reihen und Spalten vervollständigen, um am Ende genügend Punkte zu haben. Ja, sehr krasses Material, was da wieder gibt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch das Spiel Lure, das ebenfalls in dem Kickstarter möglich ist. Was so ein kleines Würfelspiel ist, bei dem man in 20 Minuten ab sieben Jahren zwei bis fünf Spieler spielt. Und man versucht hier so ein bisschen zu wetten, was man sozusagen legen will. Und muss das dann würfeln und versucht die Fische der anderen mit den Würfeln zu fangen. Ja, ihr seid hier mit einem Pledge von 38, nee, Stopp, 36 Euro mit dabei. Im September 2024 wird es ausgeliefert und 9 Dollar sind Versandkosten. Sprache ist allerdings nach wie vor nur Englisch und Zeit habt ihr bis zum 5. April dafür. Und als nächstes haben wir Requiem, Requiem Downfall of Magic. Ein Co-op Dark Fantasy Adventure, das von Ludus Magnus Studio in das Leben gerufen wird. Und das ist sozusagen im Universum von Nova Ethers und Black Rose Wars. Und ja, hier sind vier Helden, die ihr spielt, die sozusagen hier für ein bis vier Spiele ab 14 Jahren 90 Minuten in diesem Dungeon Crawler, das ist ein Mix aus Dungeon Crawler und Adventure Game. Und wie schon gesagt, dieses Universum von 1530 spielt das Ganze, bei dem ihr euch ins Abenteuer stürzen könnt. Ja, das Interessante hier, es hat Charakter-Level-Cards, bei denen ihr eure Statistiken nach oben baut. Ihr habt simultane Action, das heißt jeder Charakter ist irgendwie involviert. Ihr habt das Buch, das ihr erkundet und natürlich Bossfights. Ja, ihr könnt da mitmachen. Ihr seid mit einem Pledge von 59 Euro schon mit dabei. Im Juni 2025 soll es ausgeliefert werden. 29 Dollar sind die Versandkosten. Sprache ist Englisch und Italienisch. Allerdings, wenn genug Leute mitmachen, wird es das auch in Spanisch, Deutsch und Französisch geben. Zeit habt ihr bis zum 5. April, das zu unterstützen. Bei Game Found gibt es ein Spiel, das ich schon immer irgendwie spielen wollte. Und jetzt gibt es dieses in der Bases Loaded Edition Plus neue All-Star-Expansion von Mike Fitzgerald. Baseball Highlights 2045. Wäre natürlich interessant, ob ihr das schon gespielt habt. Weil das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Baseball sieht man nicht so oft auf dem Tisch. 1-4 Spieler ab 10 Jahren, 45-60 Minuten von Eagle Griffin Games. Und ja, jetzt gibt es das sozusagen, ja, dieses 2-Spieler-Action-Spiel mit Strategie, bei dem man sein Team zusammenbaut. Und Taktik, wenn man das Spiel spielt, hat so kleine Minigames auch, die 10 Minuten gehen. Und wie gesagt, thematisch futuristisches Baseball. Klingt auf jeden Fall interessant. Ihr seid mit einem Base-Bledge von 45 Euro schon mit dabei. Das Ganze soll dann im Juni 2024 ausgeliefert werden. Versandkosten sind 6 Dollar. Englisch leider nach wie vor. Und bis zum 29. März habt ihr Zeit, es zu unterstützen. Dann gibt es noch ein kleines Spiel, und zwar Quests over Coffee von Gabe Barrett. Ein Spiel für Einspiele. Ein Solospiel, das so 7 Minuten geht, ab 7 Jahren schon spielbar ist. Und ja, es geht einfach darum, dass ihr euch zu Beginn hier eine Quest aussucht. Ihr dann Würfel würfelt und dann sozusagen die Würfel beeinflusst, Items einsetzt. Und eure Companions, eure Begleiter quasi nutzt, um diese Quest zu erledigen. Also da kann man dann in der Kaffeepause sozusagen kurz mal so ein Ding runterspielen. Also wer gerne Solospiele spielt, der kann sich das mal angucken. Sehr knuffige Aufmachung, sage ich mal. Für 22 Euro ist allerdings der Preis, oder 22,62. Oder ihr habt halt die Print-and-Play-Version für knapp 5 Euro. Im Juni 2024 soll es dann geben. Sprache ist da auch leider nur Englisch. Und bis zum 29.03. habt ihr Zeit dafür. Eine kleine Vorschau gibt es hier für Game Found. Und zwar wird Feast starten. Und da sind einige Spiele, die da bei Game Found kommen werden. Unter anderem Journey of Aang. Also die Avatar-Reihe hier. Stupor, Mundi, Hannibal. Wir haben hier ein Mindbug Battlefruits. Dann hier Star-Driven, God of War, The Board Game. Kommt Cyberpunk, das Brettspiel Leviathan, Wild Second Printing. Wow. Also da gibt es einiges, was hier bei Feast starten wird. In letzter Zeit hat man sich vielleicht gefragt, was ist denn eigentlich mit Backerkit. Da kommt eigentlich recht wenig an Brettspielen. E-Mission war ja glaube ich auch dort. Sie haben aber sehr viele Role-Playing-Sachen. Also falls ihr ein bisschen im Rollenspiel-Segment unterwegs seid, schaut da vielleicht mal bei Backerkit rein. Da gibt es sehr interessante Projekte, die euch vielleicht interessieren könnten. So, weiter geht es zurück zu dir, Benni. Ja, und nach den Meldungen aus dem Bereich Crowdfunding, den Blick in den Spieltraum-Shop. Da haben viele gesagt, das brauchen sie eigentlich gar nicht. Aber das gilt nicht nur für den Spieltraum-Shop, sondern auch für alle Händler der Aktion Hoher Spielwert. Da solltet ihr entsprechende Spiele auch dann im Regal finden. Zum Beispiel Smart 10, Neue Fragen 2.0 für die Family, Hidden Stones in der deutschen Version, The Glade, 100 Places, Dockpile, Abenteuer in Aventurien, eine entsprechende Brettspiel-Transport-Tasche. Die Erweiterung zu Juicy Fruits, einige IQ-Games wie Mini-Hexpert, IQ-Gears, Twins und 6 Pro, sowie ISS Vanguard, Zubehörmaterial, Erweiterungen und auch das Grundspiel, alles jetzt verfügbar. Zusätzlich Tukana, Builders, frisch eingetrudelt und zu guter Letzt die Honeybuzz-Erweiterung in Herbstfülle. Die Player Pieces, Füllhorn, sowie die Erweiterung und die Deluxe-Komponenten. Nach den Meldungen aus dem Spieltraum-Shop nun zu den Ankündigungen. Da erstmal Asmodee Games2Go, egal ob im Café auf Reisen oder im Park, eine neue Vermarktungskonzept für kleine Spiele, wie zum Beispiel die Unlock-Einzelreihe Short Adventures, die Meister-Kuh, das ist ja frisch erschienen, sowie Hint in der kleinen Variante, Foodtruck, vor kurzem jetzt im Urlaub gespielt, und auch noch hier einiges weiteres wie Taco-Katze-Pizza, Ziegekäse-Pizza heißt es in der Vollversion, Klinks, Werbewölfe und Besserwisser. Natürlich erhältlich in allen Asmodee-Flagship-Stores. Nachschub für Robinson Crusoe, nämlich das Abenteuerbuch, und das hat Pegasus angekündigt, dass das ab Juli dann verfügbar sein wird. Aktuell liegt der UVP, zu dem man es auch vorbestellen kann, schon teilweise bei 1999. Für das kooperative Expertenspiel Robinson Crusoe gibt es hier eine entsprechende Erweiterung mit Szenarien, das sind die bisherigen Szenarien veränderte und noch neue Szenarien on top. Ja, ich freue mich ja noch auf meine All-In-Crowdfunding-Variante, wenn die irgendwann ankommt. Abgrundtief erhält seine erste Erweiterung, das namenlose Grauen. Im Juni 2024 soll das Ganze dann erscheinen. Neue Monster, der Ozean tobt und Verratskarten, die das Schiff sabotieren. Hier seht ihr, was an Spielmaterial dann da tatsächlich mit drin sein wird. Und nicht mehr allzu lang, also für alle Fans von Abgrundtief, jetzt schon mal vormerken, Juni diesen Jahres. Battalion, War of Engines. Das ist eine Neuheit von Osprey Games, die für Aufsehen sorgt. Das soll zu Spiel diesen Jahres erscheinen. Es ist von Paolo Mori und Francesco Siroci, illustriert von Ronald McDonald und, äh, Roland McDonald, nicht Ronald, ähm. Und richtet sich für zwei bis vier Personen ab 14 Jahren mit 20 bis 45 Minuten Spielzeit. Und wie auch das Cover schon verrät, führen wir mächtige römische Legionen in den Kampf, geben Befehl an versierte Armbrustschützen der Han-Dynastie und versuchen so die Vorherrschaft für uns zu sichern. Und zu guter Letzt, äh, noch einer kleinen Blick in, äh, Social Media. Deep Print Games hat hier ein bisschen was, äh, zu Civilution, dem neuen Stefan-Feld-Spiel, ähm, geteasert. Nämlich, dass Cover scheint wohl fertig zu sein. Das soll dieses Jahr erscheinen. Der Prototyp, ähm, hat bei der letzten Spiel ja schon entsprechend für Furore gesorgt, dass ja das neue Schwierigkeitslevel, das Stefan Feld hier an den Tag legt, das ja jetzt über dem Experten-Spiel sein soll. Da bin ich mal gespannt, wie das dann anzusiedeln ist. Ja, gespannt bin ich auch, was Dennis von den Schnipseln hat. Deswegen wechseln wir jetzt direkt wieder zurück zu Dennis. Kommen wir zu den Schnipseln und da gibt es hier ein bisschen was zu sehen von Stalk Exchange. Ein Spiel für zwei bis fünf Spieler von Christopher Ryan Chan und The Ope Games, so OP Games. Ähm, ja, da sieht man ein bisschen dunkel von den Farben her, aber wieder so ein bisschen Naturthema auf jeden Fall. Dann sehen wir hier Gnome Hollow, das wird ja sehr gehypt, äh, aktuell, dass das sehr cool sein soll. 10 Days, USA sieht man hier ein bisschen was. Avatar Last Airbender, das ist ein anderes Avatar und Flip 7 und da, da, da. Hier sieht man auch ein bisschen weiter, äh, etwas von Spielen wie Stellaris, ähm, Thief England, England, Thief France. Hier sieht man noch ein Spiel, dann hier Grand Plan New York City, ein zwei bis vier Spielerspiel von Brian Leed und Kevin Warden. Und hier unten haben wir Western Twilight für zwei bis fünf Spieler, ähm, Futures in Multiplayer, Twilight Struggle-ish Competition. Also wer Twilight Struggle mag und jetzt Multiplayer-Möglichkeiten hat, der kann das hier spielen, ähm, Gaudarian Harvest. Sieht irgendwie auch sehr cool aus von Patrick Ward, aber sieht eher so nach einem XX-Spiel aus. Na ja, mal schauen. Hier sieht man ein bisschen Material von, äh, Trade Chambers Harvest von Keymaster Games. Ja, das wird auch irgendwann mal Bier eintrudeln. Ähm, noch so ein paar kleine Sachen. Hier haben wir das zwei bis fünf, ähm, Spieler-Koop-Game AI Space Puzzle. So rum, von Portal Games, im Oktober 23 soll's kommen. Wunderschön. Wandering Towers Mini-Spiel-Expansion, da sieht man auch einiges im Butterfly Garden. Ja, äh, Korea Board Games, ähm, sieht irgendwie sehr, sehr groß aus, sehr umfangreich. Und hier die kleinen Spiele hier. Dann haben wir hier so ein bisschen den, 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 den neuen Look von zum Beispiel hier Robo Rally Transformers. Ähm, ja, ist natürlich wieder ein weiteres Robo Rally, nur halt jetzt mit einem speziellen Anstrich. Äh, äh, 30th Anniversary Edition haben wir hier. Dann sieht man von Heroescape die Neuaufmachung hier, ähm, Battle for Wellspring. Dann Risiko 2210 AD. Ja, ein bisschen zukunftsmäßiges Risiko. Nexus Ops sieht man hier. Und ja, Ezran Nehmeyer nur so als Cover. Zu guter Letzt hier haben wir Prepare to Race the Sky. Hier sieht man so ein bisschen von Skyrise das Brett. Hier oben haben wir noch Santorinien in den verschiedenen Versionen. Dice Throne. Hier haben wir ein bisschen was von, ähm, Red Raven Games. Ähm, Sleeping Gods, Prime Evil Peril und, äh, Dustin Daudle's Eyes of Night. Und hier haben wir Eight-Legged Peacock. Ja, ein, äh, knuffiges, ähm, Spinnenspiel. So wie es aussieht. Ja, ähm, auf jeden Fall witzig. Und ich würde sagen, wir gehen mal noch kurz zu Board Game Arena. Ja, ja, hier sind seit letztem Mal drei Spiele neu erschienen. Pocket Cats kann man jetzt spielen. Krallen und Schnurrhe vom Mr. Mistoffelis, Mistoffelis. So rum wahrscheinlich. Dann, ähm, Oxono. Ähm, ja, das ein bisschen viel gewinnt. Ähm, Vibes hat. Und Gozu X, äh, hier ist ein Zwei-Spieler-Kombi-Karten-Kombikarten-Kombikarten-Spiel. Ähm, ja, das könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Lust habt, die Spiele, ähm, ja, zu erforschen. So, jetzt aber wieder zurück zu dir, Benni. Ja, das war's mit den Crowdfunding-Meldungen für diese Woche. Gebt gerne ein bisschen Feedback. Ich weiß, vom Licht ist noch ein bisschen fahl und das passt noch nicht so ganz. Ähm, da wird sich, denke ich, in den nächsten Wochen noch auch das ein oder andere ändern. Wir freuen uns über Feedback und freuen uns natürlich, wenn ihr Woche für Woche einschaltet und unsere News anschaut. Ja, was steht denn bei euch so dieses Wochenende auf dem Plan? Was wollt ihr spielen? Lasst uns gerne wissen. Habt ihr News-Meldungen? Lasst uns gerne zukommen. Und nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an die, die uns News-Meldungen zusenden. Ganz egal, ob Verlage oder ob Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank dafür. Das macht uns auch die Arbeit ein klein bisschen leichter. Und so können wir auch hoffentlich in Zukunft gewährleisten, dass wir die News für euch bereithalten. Immer wieder freitags. Und jetzt wünsche ich euch an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende. Schaut auch gerne in andere Videos von uns rein. Und wir sehen uns in einem der kommenden Videos. Bis dahin, macht's gut und tschüss.